Land im Norden, Herb und Grad, du Schmuckstück hinterm Deich. Wir haben 15-fach Platin, 30 Goldene. Unsere besten Jahre sind noch lange nicht vorbei. Wir starten gerade durch. Wann sieht man das? Am 6. März in Hubsis Welt. 17 Uhr, Gute-Laune-TV. Und ciao. Und wenn es sein muss, gehen wir mit dem Kopf durch die Wand.